Was geht ab, ihr geilen Klubschis? Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Skaff Master in Black Ops 3. Und ich bin diesmal nicht alleine, ich hab einen Kollegen dabei, ich kann's doch mal Hallo sagen. Hallo. So. Ja, wir spielen, äh, suchen und zerstören auf Stronghold. Moment mal, mir wird hier einer angezeigt. Oh, einer ist in der Küche. Ah, der ist tot. Arsch. Nee, der hat eine Stolper voll da reingelegt, äh, einer ist unten hinterm Sofa. Ah, den schon, na schau. Was ist denn ein Sack, äh? Der Letzte versteckt sich, oder was? Ah, okay, er spielt mit nem Messer ernsthaft. Ah, und mit Lüffel. Hat er sogar aufgehoben. Reife Leistung, Black Ops, bereit machen für die nächste Runde. Ich find das irgendwie voll schade, dass man mit den Messern so erfolgreich ist im Black Ops 3. Hm. Wenn man mal guckt, irgendwie im MW 3 oder so, hätte man da nur mit Messer gespielt, dann hättest du nach Hause gehen können. Ich sehe so. Hoppla. Hm, nicht zu sehen. Als ob keiner hier längst gerannt ist. Das kann ich ja schon fast nicht glauben. Da ist er beschütter. Da ist einer. Da ist einer. Einer ist gerade hinten ins Haus ran. Oh. Einer so Richtung zu dir. Hi. Abgeschlossen. Ich glaube nicht. Jawohl. So wird das gemacht. Bereit machen für die nächste Runde. Oh. Sogar beide Kills drauf. Der ist Level 6. Alles klar. Operationseinsatzpunkt wird gewechselt. Ich verstehe nicht, wie man sich jetzt noch ein altes COD holen kann. Wenn in zwei Monaten schon das neue rauskommt. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Lol, den habe ich durch die Wand gekillt. Haha. In your face. Was war das gerade für Geräusche? Ey, wie der jedes Mal da drinnen in der Ecke kennt man. Oh. Oh. Oh, Reggie. Nein. Achso. Huh. Mann. Bombe wurde platziert. Nice. So. Mal gucken. Ist das wieder ein Typ, der irgendwo rumgammelt? Der Mate wurde gerade geholt. Der ist bei... Er ist in deiner Richtung, wo du gerade hinguckst. Was? So wird das gemacht. Bereit machen wir wieder mit dem Messer um die Ecke. Das liegt einfach in die Luft. Ja, aber man kann es ja mal versuchen. Hm. Vielleicht fliegt das Messer. Vielleicht fliegt das Messer. Ja. Verteidigt das Ziel. Da kommt ja schon wieder keiner. Sieht irgendwie so aus. Ach klar. Fuck ey. Okay. Da ist schon ein Toder. Oh. Wesch. Oh. Scheiße. Da ist noch einer mit der Shadow Club gewesen. Oh. Und unten im Haus sind da. Alter. Die hängen alle da in dem Haus drin. Echt? Ja. Oh Gott. Seh schon. Und dann auch noch mit einer Schrotflinte. Alter. Das sind die Skiller. So soll es sein. Ach das ist auch ein 3er Clan. Gut. Leute. Wie unser Typ gerade runtergeflogen ist. Er hat anvisiert. Ich habe dich gesehen. Ich bin bei der anderen. Er hat anvisiert. Äh. Ist ein Stück nach hinten gegangen. Und auf einmal macht er einen Abgang. Er hat noch versucht sich zu retten. Aber hat leider nicht gereicht. Ach. Ja. Ob der da immer noch drin hockt? Jetzt nicht nachlassen. Ja. Muss er die Bombe planen. Aber ruhig mal. Ja. Na. Ich dachte er wartet und will auch noch diffusen. Mehr Punkte. Ja. Guck dir mal das Problem an. Ja. Alles klar. Einfach so ein linernes Gesicht. Was er so reinguckt. Oh. Das war es schon. Boah. Das war eine schnelle Runde. Ich bin der Tod. Zerstörer der Schwachen. Boah. Gleich zu stark gewesen hier. 725 Punkte. Erstmal ein bisschen Money verteilen. Ja. Dann würde ich sagen. Verabschieden wir uns hier. Und sehen uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss. Ciao.